Ich bin Julia Brabant und ich habe meinen Dienst in Erfurt-Gisbers-Leben begonnen. Und ich wünsche mir, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir neue Formate ausprobieren, Altes beibehalten. Ich bin gespannt auf die Vielfalt in den Gemeinden, die mich erwartet, das Potenzial, was dahinter steckt. Und ich erhoffe mir, dass die Gemeinde ein sicherer Ort sein kann für alle Menschen, für alle Generationen und wir miteinander dort Gott feiern.